Liebe Jenny, lieber Dodo, auch wir, deine Kameraden, der Feuerwehr Brückenfeld, und wir auch, wünschen euch alles Gute für eure gemeinsamen Lebenswelt. Sollte es mal heiß hergehen, dann lasst nichts anbrennen und bewahrt immer einen kühlen Kopf. Und wenn in Zukunft mal alles Kopf steht, oder Alarm im Haus der Meier ausbricht, wünschen wir euch Nerven wie Drahtseile. Ihr werdet vorne, wenn du so heul im Schiff.